Und ich wollte ganz gerne heute Abend gemeinsam mit euch, denn ich verfolge natürlich auch die Medien, ich weiß, was in letzter Zeit los ist und ich äußer mich nicht auf zu politischen, ich gebe nie politische Statements, denn meine Sprache ist die Musik und deswegen heute Abend jetzt und hier gemeinsam mit euch. Wir setzen auch ein Zeichen und ich möchte jetzt und hier, dass keiner mehr sitzen bleibt, denn jetzt erhebt euch, erhebt gemeinsam mit mir die Stimmen, gegen Gewalt, gegen Fremdenfreundlichkeit, okay? Und lasst uns gemeinsam dieses Lied singen, wir brechen das Schweigen hier in Berlin. Applaus bitte an meine Band. Und das ist alles von und mit ihm, unserem Musical Director, Christoph Pappenby. Was soll ich groß sagen, Berlin? Dieser Abend gehört einfach nur euch und ich wünsche euch von ganzem Herzen, ich meine, es hat schon toll angefangen. In dieser einen Woche wirklich, da ist eine kleine Welt für mich zusammengebrochen, aber und ich weiß, dass ich viele von euch enttäuscht habe, umso schöner ist es wirklich, dass wir diesen Abend heute haben und wir lassen alles hinter uns, wir feiern, wir tanzen, wir lachen und wir teilen alles, was sich aufgestaut hat, okay? Heute lasst ihr alles raus, okay? Lasst uns feiern! Ihr Lieben, wie ihr es hier seht, wir haben wirklich heute alles mit dabei. Wir haben Tänzer, wunderbare Tänzer, wir haben tolle Akrobaten, wir haben ein Programm, glaube ich, für euch vorbereitet. Vielleicht haben es auch einige im Fernsehen schon gesehen mittlerweile, aber heute Abend erleben wir... ... ... ...